okay star trek online zocken kam gerade zur nachricht nagell ganz okay ja oder ein zocken ja zum ersten mal gut kann seiner stadt schon mal als demo hatte oder so weiß nicht habe ich mir kauf im angebot zwei euro sonst 15 20 euro hat so wir haben moto gp gp 14 14 so muss ein bisschen lust sein moto gp 14 so ich weiß ehrlich gesagt ob ich schon hatte ist doch jetzt nur mit zwei gb funktionsbereit und müsste eigentlich 16 gb runterladen damit ganz bereit ist ich weiß nicht ob ich dir jetzt überhaupt geht kann auch sein dass gleich hier irgendwie aus meinem profil rauskriegt wird oder irgendeine scheiße wie er passiert weiß ich nicht willkommen bescheinert zu gehen solltest du erst ein persönliches profil anwes wie ich wo muss noch ein vorausschuss fast hier da haben wir hier vorname bad fist first ja keine ahnung wie soll ich das hinschreiben vorname what the fuck nachname ja acht mehr buchstaben geht nicht lächerlich kommen wir sechs buchstaben eingeben ja komme er zu dauert dort nicht lang wollte fragen so dauert mir schon zu sagen so alles klar so ein mega hat hier steht die trophy und da passiert das erste mal die trophäen aussehen weil ich ohne leicht kriegen kann oder nicht aber schätze mal schwer baut drin spielen ist das nie so dass 80 prozent das platin kriegs oder so gibt ihr nicht hat schon eben eingegeben ist egal ne ich gibt es nicht noch mal ein so mach einfach mal hier mal gucken wie die grafik aussieht ist wahrscheinlich auch von 2014 2014 14 fast hier aber ich keine ahnung wahrscheinlich übernimmt er sowieso nicht mach es einfach mal hier ist doch fertig jetzt könnte mal hier so kann man starten halt so eine stufe 1 alles klar teils und kriegte erfahrungspunkte und so weiter nach jeder runde das sind erstes mutterrad spielen eine eingeschündete 30 server naja da war jetzt was hast du jetzt zurück war ich nicht okay ah gut mehr geht nicht außer sofort rennen mal sofort weg rennen ja mein jp klar kampagne einfach mal so ein renn starten muss gucken wie grafik aussieht sonst kann man sich da denken muss hoch arbeiten und so weiter kampagne mehrere verschiedene strecken wird immer besser kriegen erfahrungspunkte wahrscheinlich kann man andere motorräder kaufen so ein kram scheint aber nicht schlecht auszusehen aber gucken was infizieren wir corona ja das stimmt das rote ja so also das spiel grafik wer wird schön mal gucken musik okay spiel grafik aber schön das war was für ein arsch habt ihr ihn gesehen in den jeans oder ich kurz oder ich schöne blumen oder ich komm so ein bisschen spaß muss sein krank prämie und generale kommuniert die wanzina war die oma wanzina ok apfelsaft morgensaft so was also die strecke wie sagt erste mal vielleicht hat statt mal vor vier fünf jahren das demo gehabt dabei schon nicht also mal gucken probiere ich mal eine runde ja seit neuestem update hier im april 2020 hier von der playstation irgendwie ging keine ahnung der ton von der kamera nicht mehr habe mein kumpel gesagt ja einfach mal neu starten aber ja hat geklappt war deutsch so guck mal also hätte jetzt eigentlich noch die die strecke gezeigt was hier jetzt was kann man hier machen ja wahrscheinlich saison informationen guck mal luft 32 watt strecke 32 grad hier im zimmer sind sie hechtig bald im sommer ja die schwindigkeit 3 km h joh wat die ganze strecke nur mit 3 km h fahren naja klar so technica du bist du du arsch so brauchst du hilfe ne tschö also ich will jetzt rausgehen also auch was kann man hier machen mal optionen video gamma auto fahrhelfen ist mir egal wird einfach so gefahren jetzt tschö ist fort jangai so startaufstellung pradl macres lorenzo ok schwert wohl wahrscheinlich jetzt nicht hier beim ersten mal direkt erster werden autorennspiele sind sowieso eigentlich nichts für mich außer grand turismo früher der 1 plästchen 1 da war ich gut als ich hier das auto und alles geparkt habe am neuesten teile oh ja geht schon los gerade kann ich mal holen mein kipp rauchen halt alles klar fährt doch ohne mich oh ja ich bin saugut ah ja gut kann ich mal holen rauchen guck mal wie ich das mache sogar mit verschiedenen kameras cool perfekt obwohl ich nicht weiß wie die kurbe ist ich habe direkt geparkt cool ich weiß immer wie man gas gibt also mit r r2 eigentlich immer gleich l2 ist er hat bremse handbremse gibt doch für bessere kurven zu kommen ja sieht doch eigentlich schon ganz gut aus ab hier um missgeburten ja gut dann kann man die wegschleudern was hier so das hier ist schon mal eine liveaufnahme wuschloh und ich habe schon mal gelacht das war gut und schon letzter verdammt scheiße hier ja ok gut man kann das hier schon hart aber beim motorrad da sieht man wenn man zu weit in die kurve geht dass irgendwann das motorrad wegfliegt oder so oder so und ne ist das hier nur so ein stunt video erster kann ich schon direkt vergessen ja ich pfeife mal kann mal hamper an ich kann die gang schalten da da war gerade ne bananenschall wie bei call of duty wenn man auf die fresse fällt so kann man gar nicht lenken ja so ein teil mit dem fahrrad könnte ich besser egal deutschen verkackt wahrscheinlich kann man nach wheelie fahren oder sowas oh man ey bin ich da scheiße bin ich da schlecht und noch drei runden wie oft will man auf die fresse fallen so das war vier mal erst erwähre ich gar nicht mehr ich mache es einfach hier abkürzen so wie früher hoch denn nur so kann man auch durch ein spiel gewinnen abkürzen da war gerade ne schnecke war gerade ein weg sorry jungs oh mell jetzt keine ahnung ne schnecke kann man ja so ah man kann sogar die zeit anhalten ah Trophäe gekriegt ist nochmal da kann man wieder zurückspulen wenn man scheiße war aber wahrscheinlich kann man das nur ein paar mal machen dann ist das so wie äh auf der xbox forza oder sowas forza forza da forz da da hat man ein bisschen spaß gemacht ja toll ich werde die nicht mehr erst da kann ich vergessen ich mache einfach mal hier neustart und wenn nicht dann äh ja bin ich halt schlecht da drinnen gebe ich dazu daumen runter für mich in dem spiel nicht äh spiel sind in ordnung aber muss mich erst mal dran gewöhnen das hier das erste mal hier muss man aufpassen hier kickstarter muss viel gas geben ich würde mal gerne wissen was man hier sonst machen kann drinnen durch eine freie kamera was dann ach so kann man hier aber cool ja natürlich wäre es jetzt besser hier werden nur frauen die nackt werden da könnte man hier Bourdieu Modus machen wie in Dead or Alive aber ähm ne ich wollte eigentlich wissen wie die steuung ist ja kann man jetzt sehen wurde ja nett dann hast du Pech ehrlicher Pech ja toll dann guck mal dass ich hier ein bisschen anständig fahre wenn ich gleich wieder letzter bin dann ja trotzdem einfach so in die rein fahren so ein tschüss guck mal dass ich ein bisschen anständig fahre man muss auf die Bremse drücken kacke gibt auch sonst Autorennspieler muss man nie bremsen wer bremst verliert oder was hier in dem Fall gewinnt man abkürzen naja nicht schlecht erstmal zum Glück ist automatisch ähm Steuerung äh automatisch ähm Gangschaltung keinen Bock jetzt hier die Gänge zu ähm benutzen da würde ich eh verkacken aber sieht gar nicht so schlecht aus wenn man sich ein bisschen konzentriert cool äh oder auch netz ja klasse einmal auf die Fresse geflogen zags mir letzter hammer so man sieht aber hier auch in der Spur hier der blaue wo man sein sollte und da sieht man auch die Geschwindigkeit wie man bremsen müsste was bei mir eh nie ganz klappt sieht man ja abseits machen wir jetzt mal hier ein Ding mal fertig oh ne bremsen bitt ha ha so cool man kann die anderen aus dem Rennen schicken wegschleudern dass die oben auf die Fresse fallen das ist nochmal cool dann geht mir ab wenn ich die anderen machen kann dass die dass die auch hin fallen dann macht es mir Spaß ja 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 leck ha man kann HVD fahren cool Kamera er hat wohin ah ja zum Glück ging geradeaus cool Kamera so kann man wahrscheinlich schneller fahren wenn man sich nach vorne beugt ich mach mal eine Runde boah Schmierletzter mein Gott Motor ist kaputt als was hier los wie Unfall ja immer wenn ich ein Rennspiel spiele ganzes Rennspiel ein Unfall für mich da kann man sonst mal an hinten gucken dann fahr ich mal so so ach das geht schon alles cool das arme Motorrad hat mir nichts getan wahrscheinlich nimmt das Motorrad auch Schaden weil wie eben da könnt ich ja gar nicht mehr geradeaus fahren steht ja im Gang also die kann man ja machen ähm ja ich wollte nur wissen ob es eine Hupe gibt oder sowas Anbremse boah boah ich der Typ müsste schon lange wenn ich ähm wenn ich ähm den steuern könnte und der wäre ein echter Mensch der wäre schon lange tot oder der wird mich später verkloppen frag nicht wie ey hallö würde ich erstmal eine Obelix Backpfeife kriegen auch schon knapp auch schon knapp ja cool man sieht es ist richtig ähm gut gemacht da auch hier die Steuerung und so weiter ist alles so wie in echt ja klar ist alles echt bin auch schon mal Motor gefahren ja klar jeden Tag ist ja auch sehr gern ne realistisch gemacht so Puff so ich möchte schon lange für die ganzen Unfälle schon eine Trophäe kriegen aber egal ja wo sind die anderen die überrunden mich gleich oleg mal gucken also ich glaube nicht dass ich das Spiel hier spiele ich durchpacken wenn ich nicht muss ich einen Inge einladen ein Freund von mir der muss das dann packen dem liegt Rennspiel eher als mir naja so jetzt noch eine Runde ach so mal ich mache ein Rennen mal zu Ende damit in der Statistik steht das schlechteste Rennfahrer hier im MotoGP 14 bin hm was ist jetzt hier los naja ach so bremsen jaja da ah cool kommen auch hier noch die äh boah ja da raften wir überhaupt nichts und so fährt man echt da rum oder was boah extra tat der mal so äh ja in echtes muss das ja auch so aussehen man sieht ja nicht einen Typen vor sich da raften wir überhaupt nichts wenn ja tausend auf die Fresse fallen ich pisse mich gleich in die Wuchs gut ich muss eh pissen ha da raften wir ja nichts ah dumm ist hier dann bei der Optik bei der Kamera Sequenz hier mit dem Helm ja so sieht ihn echt aus voll leck man sieht die Beine nicht deswegen weiß man nicht wie weit man sich ähm drehen kann ah naja gut dann nun Test was gibt noch für eine Ansicht ah ja die ist eigentlich schon die beste also die hier gibt es und dann gibt es einmal dass die ein bisschen weiter vorne ist eigentlich zum Besten so zum Spielen sag ich ja so gucken wir uns hier die Runde mal äh beende gut war auch erste Mal jetzt und wenn nicht kann man wahrscheinlich noch sein Motorrad da upgraden und so weiter dass man besser wird und so äh Tune heißt das hier oh Gott bin ich da grottenschlecht äh ich glaube auch nicht äh hier nach dem Video wünsche nach einer Runde alleine fahren in Ruhe dass ich da besser wird äh da passiert einmal ein Fehler hatten wir ja gesehen ich war ja 10. Platz oder was dann auf einmal direkt wieder 23. geht ratzfatz in die Hose ah egal Hauptsache jetzt mal hier eine Runde beendet weil es cool war so oh ja ich bin der Erste also im Traum so boah Gott als ob man äh auf Schnaps wäre na egal Neustart ne kannst ich mal oh ne oh man kriegt Punkte ja wie gesagt Stufe da wird man wahrscheinlich schon noch besser mal gucken ob man jetzt irgendwas machen kann Boah Beruhigungskipp Herzinfarkt gleich hier letzter Wort lächelig ey na egal ach so ach so ist er nur funktionsbereit ist runtergeladen mit 2 GB sonst braucht er 16 GB wahrscheinlich kannst du jetzt sonst hier nichts machen ja hier die kann man eh nicht machen ähm mehr Spieler mein GP ähm Tutorial Statistik mitwirken ne ähm ähm ja wisst du was ich hab durchgepackt so schnell geht das Video gemacht durchgepackt so ne ähm ähm ja gut Pimpen tunen kann ich schon mit nix scheinlich muss man da graben erst richtig runterladen oder so hier war ich sofort drin hat man ja gesehen aber äh andere Strecke gibt wahrscheinlich noch mal gucken wie die Strecke aussieht äh wie zufällig ja toll da hab ich nur einen anderen Fahrer ah kannst du nur die eine Strecke im Moment nur fahren na egal so ja das Spiel ist so in Ordnung für mich ist das Rennspiel ja nix ein bisschen schwer liebe Jogoshooter ist meine Meinung sieht noch ganz gut aus wenn das echt von 2014 bis 2015 wie PS4 rauskam dafür sieht noch gut aus macht Spaß cool man kann auch machen dass andere Unfälle kriegen nicht noch mal selber deswegen sag ich schon mal trotzdem Daumen hoch euch schon viel gefallen mit langen Nieren und das war's mit MotoGP 2014 oder 14 und ja euch schon noch einen schönen Tag oder Wochenende und dann bis zum nächsten Mal wiedersehen und Tschüssi das war's